Moin Leute, ich bin's wieder, Jan von Konalko. Ich stelle euch heute mal wieder ein neues Produkt von uns vor. Hier haben wir einmal den Leviska-Wodka. Der kommt aus der Ukraine. Hier seht ihr auf dem Etikett auch den Herstellungsort Levy, wie wir das ausgesprochen. Und ja, es ist ein sehr besonders reiner Wodka. Der wird nämlich einmal mit Eichenholzkohle und Buchenholzkohle gefiltert. Also zählt eigentlich schon zu dem Premium-Wodka. Und wir haben hier ein exklusives Geschenkpaket für euch. Hier nochmal mit einem kurzen Glas, wenn ihr es euch einmal anschauen wollt. Davon sind zwei Stück in diesem Geschenkpaket drin. Beantwortet mir doch einfach mal die Frage, wenn ihr dieses Geschenkpaket gewinnen wollt, wann wurde denn Leviska, die Marke, gegründet? Oder markiert einfach zwei Freunde, mit denen ihr diesen Wodka trinken wollt, in die Kommentare. Ja, und dann wünsche ich euch viel Glück beim Gewinnen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!